Hallo Petros, wir sind zurück. Borussia Mönchengladbach hat bereits einen Favoriten für die Position des Trainers von Daniel Fahke. Möchten Sie wissen, wer der Kandidat ist? Dann abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen und bleiben Sie auf dem Laufenden über alles, was wir veröffentlichen. Nach der Trennung von Daniel Fahke steht Borussia Mönchengladbach erneut vor der Aufgabe, einen neuen Trainer zu finden. Die Entscheidung muss schnell getroffen werden, um zeitnah einen Nachfolger zu präsentieren. Wer wird der Glückliche sein? Wir stellen potenzielle Kandidaten vor und enthüllen, wer in Frage kommt und wer er nicht. Borussia Mönchengladbach befindet sich wieder einmal auf der Suche nach einem neuen Trainer. Letztes Jahr wurde Adi Hütters Abschied unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel bekannt gegeben und nun folgte die offizielle Mitteilung über die Trennung von Daniel Fahke, nur sechs Tage nach dem beeindruckenden 2-0-Heimsieg gegen den FC Augsburg am letzten Samstag. Doch wie geht es nun weiter? Borussia wird bestrebt sein, ihren neuen Trainer so schnell wie möglich zu präsentieren. Im Jahr 2022 dauerte die Trainersuche 21 Tage, da Lucien Favre zwischenzeitlich abgesagt hatte und Fahke sich selbst als Plan B sah. Die große Frage lautet nun, wird Mönchengladbach dieses Mal die beste Lösung finden? Gerardo Sioane wird als Top-Kandidat für Forks Nachfolge gehandelt. Der Schweizer ist seit November letzten Jahres arbeitslos und war zuvor 15 Monate lang Cheftrainer bei Bayern 04 Leverkusen. In der Saison 2021-2022 führte er sie auf den dritten Platz und qualifizierte sich somit für die Champions League. Zuvor gewann Sioane in seiner Heimat mit den Young Boys Bern 3-Meistertitel. Der Kontakt zwischen Mönchengladbach und Sioane ist bereits vorhanden, da der 44-Jährige von derselben Berateragentier vertreten wird, die sich auch um Mönchengladbachs Torwart Jonas Omlin sowie die beiden ehemaligen Borussen Granitschaka und Dibrilsau kümmert. In den letzten Wochen wurde auch über U23-Trainer Eugen Polanschi diskutiert, der gerade seine UEFA-Pro-Lizenz erwirbt. Unsere Informationen zeigen, dass es in den letzten Tagen zwar Kontakt zwischen Polanschi und den Verantwortlichen des Vereins gab, aber keine konkreten Verhandlungen stattgefunden haben. Dies deutet darauf hin, dass Mönchengladbach zunächst darauf setzt, einen erfahrenen Trainer zu gewinnen. Hey Petros, wer wird der neue Trainer von Mönchengladbach sein? Wen würdest du gerne sehen? Schreib es in die Kommentare! Eine Umarmung!